Da kommst du schon ganz schön in den Schleuern. Und da hängt er auch richtig Kohle dran. Ich wollte das immer so toll. Schön, wenn es die kleinen Täpchen gab. Den durfte ich immer in die Flasche geben dann. Ja, wir haben es auch so gemacht. Und letztendlich, dass wir noch geschaut haben.